ein neues glück ein zürger bürze kuner mario mcfly peng nils und zauber sind wir dabei sicher nicht alle später wenn der wacht von dem so wo seid ihr denn haben zeitlupe erstmal ruhig hier erstmal und drei leute fliegen vom dach Ja, da fliegt der Erste. Du musst noch sagen, dass er da sein darf. Nee, das ist nur ein Test. Er darf ja. Achso, ja. Das ist jetzt Dreh-Caspus-Midi. Das kann doch nur gut drangewirrten sein. Du hast Kapuze ist tot. Kunra hat ge-clockworked. Ich hab ge-clockworked. Ich mein, gut, das kann natürlich... Dann hat ihn jetzt wohl geschmissen. Ja, ne, weil einer hat geschrieben, wir hatten einen in Disco geworfen. Es kann natürlich sein, dass durch mein Clockwork Kapuze getötet worden ist. Das tut mir dann auch nicht leid, aber... Ja, der Tod ist kaputt. Auf dem Bett. Juli, das hast du doch gesehen. Nee. Das glaub ich. Echt? Ja, gut. Kapuze wurde abgestochen. Auf der Map kann man nicht unbedingt erkennen, dass es ein Bett ist. Warte, hier. Nee, das war ein Seil. Der wurde aufgehangen. Aber dahinter ist trotzdem was. Hier wollen wir auf mich schießen. Dalu, du wurdest getroffen. Ich wurde nicht getroffen. Er hat die Leiche getroffen. Bei mir schon. Ich kann dir beweisen, dass er mich nicht getroffen hat. Hallo Dalu. Ja, aber du warst das nicht. Ich hab' ich grad schon gesehen. Kapuze hat als letztes Maxi gesehen. Ja. Ja. Du hast ihn geschubst? Nils, wer ist dir entgegengekommen? Einige. Ich bin nur nach oben gegangen. Ja, genau. Ich will... Ich hab' nur Leute getroffen, leider. Oh, ich hab' die... Die Speedzone ist ja echt stark. Holy Shit. Ja, wie schnell man ist. Hier geht ihr Sprint-Spiel ohne Sprinten, ja. Das stackt mit Sprinten. Das ist übrigens... Wenn ihr den... Wenn ein Traitor beschossen wird und einen callt, dann sagt mir Bescheid, damit ich den Jakar erschießen kann. Damit man mir glaubt. Du bist ja nur vorgemerkt, Dalu. Falls wir drei Traitor tot haben, wirst du der erste, der stirbt. Vielleicht gibt's uns das. Der wurde übrigens auch zerstört. Wieso haben wir eigentlich nicht zwei Detektives bei zehn Leuten? Fuck, ich hab' nicht aufgepasst wann, weil ich glaub' ich weiß... Gott sei Dank Swift. Ich glaub' ich weiß, wer es war. Moment. Hätten wir nicht zwei Detektives haben müssen bei zehn Leuten? Äh... Vielleicht haben wir jetzt so viele andere Klassen. Also... Vielleicht haben wir ja noch wirklich nen Schakal. Mein Kollege wurde... Dürfte nicht sein, Detective wird eigentlich als zweites äh... Vergeben. Damit das nicht passiert. Das klingt sinnvoll. Ich wollte aber Kollegen haben, denen ich vertrauen kann. Ey, ihr Payne, Judy und Items grüft es schon geil auf der Seite. Ja, ja. Du kannst doch auch die Bilder hochschicken mit Zwirf, weil das unterschiedliche Wände sind. Eigentlich ist ja Kun dran, wenn nix passiert. Ich hab Kapuze doch schon getötet. Ich kann's ja nicht sein mit Detektiv. Ja, also ich bin safe und Dalu wurde von mir eingeschossen. Also angeblich hab' ich doch Kapuze schon getötet. Siehste, also... Ich kann's nicht sein, weil es ist schon was passiert. Naja, aber hier wird ja trotzdem fehlen. Haben wir nur einen Trader? Jetzt geht's los! Oben geht es halt nicht jemand! Hier oben! Was ist hier oben los? Hier sind zu viele Leute! Ja, 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 ja. Das hast du ja keinen Fall, seit dem Kristall zu machen, Payne. Nichts? Leute, ich confirm gleich. Obwohl ihr bisher mal super will, das heißt Payne kann ja ein Maximus High Kick sein. Der wollte abhauen. Aber ich habe da nur angeschossen. Hier oben, ach schau, ich bin die Tage zu tief. Kann einer die Leiche da confirm? Wo? Zwischen Bett und Schrank, wenn ihr die Rampe runtergeht. Ach da, ja, ich seh's. Komm nicht hoch, weil man da nicht... Ach so. Eine Punkte. Ich bin hoch, äh, klettern. Deine Eintenspunkte. Unter mir? Ja, dann... What? Genau unter mir. Ja, direkt hinter unten. Hinter unten? Unter Bett oder im Schrank? Nils, 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 Nils. Ich habe endlich die Leiche. Ah, das war einem. Nils! Wir haben Nils, wir haben Nils, wir haben Nils, wir haben Nils. Ey, ich bin beschossen! Juli ist dann der letzte. Nils ist erst mal down. Nein, ich habe auch Nils. Ah, Juli, du kamst aber zu mir spät. Ich schwöre. Okay, wir haben noch einen später. Das ist Juli. Das ist Juli. Das ist Juli. Das ist klar. Voll... Voll klar. Es muss Juli sein. Sie hat wirklich danach erst geschossen. Hast du das hier bei einem? Bleibt ja keiner mehr übrig sonst. Oben auf dem Schrank. Bleibt keiner mehr übrig. Was ist das so? Ich bin das falsch an. Ich bin mal die Runde vorgetroffen. Ich wollte Nils mit der Disc killen, dann haben wir aber selber gekillt. Leute, das war ein Teil. Ich habe eine Idee, weil wir zwei T's nur hatten anscheinlich. Ich glaube, ich war kein Traitor vorher, oder? Achso, das wollte ich gerade fragen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Warte, das steht doch. Stand doch im Chat. Wir hatten zwei Traitors. Okay. Okay. Ja. Was haben sie gesagt? Entschuldigung, ich bin mit einer. Ich weiß auch warum. Ja, stimmt. Map-Change in 5. Wir spielen gerade Klassik-Regeln. Ach, du hast das. Italy. Was ist denn die Italy? Das ist, wenn man vergessen die Settings zu laden, dann kommt Italy automatisch. Alter, ich habe den Kristall auf meinen Kopf platziert. Okay, das heißt, jetzt ist Hardcore-Runde, ne? Echt? Nee, wieso. Ich habe den auf meinen Kopf platziert. Ich werde beschossen. Ach, das steht auch hier. Ja, da ist kein Kristall. Das heißt, ich habe nur zwei Böse plus einen random Bösen. Ich habe keinen gesehen. Das ist wirklich schwer. Das ist echt schwer dann. Flashback im oberen Schrank. Wer das schafft, muss 5 Euro in die Kasse zahlen. Dead Ringer, die Klasse gibt es nicht, ja? Dead Ringer Klasse. Oh Gott. Unterm Wetterlein. Okay. Das wird wieder gekippt. Das heißt, alle einmal Dead Ringer testen, okay? Es wird gespuckt. Ich bin gerade zu blöd. Dead Ringer testen auf Nils. Na, Faro, lass mich in Ruhe. Du hast mich einsetzen, Tauna? Das ist der Endsturm. Ich bin gerade zu blöd. Ja, du musst auf einen zielen. Ah, du musst auch gezielt bleiben, ja. Genau, du musst rellen. Das ist ja der Pre-Tage-Arm, würde ich sagen. Das ist echt der Run. Also nur auf einen, okay. Das ist wirklich ein Running-Hag. Kann man jetzt der Flood-Benutzer entfallen? Ja, kannst du. Du springst noch nicht hoch. Ah, ja. Wieso hat die Smoke-Nate gerade Pen getötet? Wer ist Nebula? Tautor, hast du Pen getötet? Haben wir Nebula? Stepp hier? Ich glaube, ich hätte was testen. Nebula? Äh, da kommt die Blutte-Granate. Das ist eine große. Das ist die Dingens-Nate. Welche Nate? Oh, wow. Okay, Nils ist ja relativ safe für mich. Du hättest jeden Fall geschossen. Ich geh nicht reißen, weil die Huhel da ist. Juli hat geschossen. Ja, aus Panik. Ja, sicher. Aus Panik. Ja, sicher. Aus Panik. Nein, ich hab 100 Leben. Es war eine Schroflinte, die geschossen hat. Hey, bei mir hat ein Auto-Sniper geschossen. Ja. Echt? Juli, die nehmen dir Stand. Ja, aber ich hab 100 HP und hier ist kein Schuss eingeschlagen. Moment, Moment, Moment. Der Kapuze war der Auto-Sniper. Ja, aber der hat mich geschossen. Es war's, Juli. Es war's. Juli hat doch sogar gesagt, dass sie geschossen hat. Ja, hallo. Aber es wird keiner getroffen. Was für eine Waffe hast du? Ich hab diese Hit... Ist es nicht die Hitman-Waffe? Die da? Die Hitman-Waffe. Die Walther. Die Wolther. Das ist doch die Hitman-Waffe oder nicht? Ach, Hitman. Ach, Hitman. Ja, aber... Jetzt ist das Wort auch durchgeschossen. Ich will wissen, warum ich gerade an der Smoke-Lane geheelte. Ja, aber bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Wir legen hier mal eine Insie hin. Da liegt mal eine Insie. Ähm... Juli? Nein, nicht... Das war... Vorsicht, da brennt's. Da brennt's, da brennt's, da brennt's. Da brennt's, da brennt's, da brennt's. Der hat jetzt hier mit der Auto-Sniper geschossen, die nicht Juli war. Der da. Naja. Doch! Er hat noch gesagt, Tauter bleibt mal stehen. Und jetzt wird aber schon... Hier wird noch schießen. Juli hat schon wieder geschossen. Juli schießt die ganze Zeit. Also unabhängig... Hier ist super Rauch. Hier ist regular Rauch. Hier ist regular Rauch. Da wird in der Rauch... Geheilt. Okay. Nein! Yes! Ich glaube ich habe... Ich glaube ich habe... Ja Juli... Nein wirklich jetzt. Juli, was machst du? McFly! Was machst du mit dem Dete? Was soll das? Ich wollte dich einfrosten. Ja, ich hab doch gemerkt das. Juli hat viel ausgehalten jetzt. Ja bitte Gegner... Was? Juli hat extrem viel ausgehalten. Du kriegst ein kleiner schwarzer Punkt rum. Ich glaube ich habe... Äh... Ja. Also falls Dado auch tot ist... Einer von... Maxi... Hilf! Einer von... Ja dann mach... Ja ich hab überlegt... Wo kann der Maxi sein? Guck mal, Juli hat noch... Ich guck dich grad an. Okay, mal rufen mal an. Okay, gut. Ja gut, wenn Dado... Du bist ja runtergefallen sein oder nicht? Ja... Er wurde auch identifiert... Ne, wurde er nicht. Ne, deswegen ja. Ja okay Maxi... Warum weiß er anscheinend mehr als wir? Ne, hat nicht... Wenn Dado runtergefallen ist. Hat's ja nur vermutet. Ja, du schießt ja schon direkt. Die Chance ist größer, dass du böse bist als nicht böse. Da liegt auch Dado. Und ich habe Juli erschossen. Habe ich das denn jetzt? Das heißt... Das heißt... Ihr könntet beide böse sein oder nicht? Aber ich schiele als es zuerst aufmachen. Das andere keine Ahnung. Ihr habt beide böse oder? Warum sollte ich böse sein? Ich bin Dete. Ja Dete kann böse sein. Ich meine es könnte sein, dass ich Dado gekillt habe durch mein Chaos. Das wäre natürlich schade. Dado... Moment, Dado ist doch... Dado ist gezählt worden. Dado ist gezählt worden. Das Problem ist, Maru, du hast halt einen Traitor getötet. Das hilft mir nix, weil die Traitorin Toads sind. Du, du, du du, du. ja ich habe kaputt ich muss ja auch so ähnlich wie du ich hab ja eh bleib mal stehen ich hab ja noch nie gesagt ich hab ja noch zwei goldenen ich sag lauf mal los ich sag lauf mal los ich werde jetzt schon alle sehen ja okay wir sehen der kurse zeigen nicht dass ich meinen einen nutzen konnte vom kundern du hast doch einen erschossen Ja, aber mit einem... Ich hab die... Die nehmen doch diese komische Vor-Ortel. Hab ich mir noch eine gekauft. Welchen man liebt, mich benutzt man nicht. Man benutzt Items so oft... Boah! Toll, mehr Sub-Sound. Einen, sie schlag... Ja geil, ich geb das aus der Folge raus, ey. Ach so, da kann ich einfach... Nein, der kann jetzt nicht... Man kann nicht weg, das heißt, der Handringer von Nihilz! Nihilz! Handringer! Nihilz! Nihilz! Der Payday ist verrückt! Bisschen Wein! Jetzt ist aber... Äh, du wolll nicht rum sein! Hä? Nihilz? Hat Tuli ja schon wieder gemacht. Ja. Oh Nihilz, Alter, es war doch klar, dass das jetzt nicht weiter... Nihilz! Hat sie sich gelöst. Der Nihilz ist wieder Traitor, ja? Es ist so offensichtlich. Nihilz! Ach ja, guck, dann warst du Ino oder T gerade. Ich probate, du eben. Ja, dann hast du mich wirklich mit Chaos gekillt. Ja. Irgendwer zielt auf mich. Irgendwer zielt hier auf mich. Ich weiß nicht, ob man in den Mautenfalle... Äh, nein! Ich bin Detle, hey! Ja, aber du hast einen erschossen! Ja, okay. Hast du da auch nicht gerade ein Kristall kaputtgekommen? Ja, ja, ja. Er wollte verhindern, dass ich ein Ino aufhebe. Dann dachte ich, er ist Traitor. Warum sollte man das sonst machen? Ja, aber das... Ino aufheben, weil das... Ich glaube, er ist Jakar, oder Gunnar? Die knallt mich sowieso jetzt ab. Ich glaube... Der Kristall ist die ganze Zeit in meinem Gesicht. Juli! Pain ist ein Kristall. Nein, der ist echt so... Nein, der ist echt, der ist mein Kristall ins Gesicht. Ja! Juli, du kannst wenigstens bestätigen, dass ich Ino bin und ich aus Versehen getötet habe. Aber du darfst schießen, wenn du möchtest. Okay. Oh, da ist einer gestorben. Da ist einer runtergefallen vom Schrank. Der hat mich nicht geworfen, Maxi. Aber er hat meinen Namen gerufen, weil er mich gesehen hat. Pain hatte eine Harpune in der Hand. Ehrlich jetzt? Wer ist denn da jetzt gestorben? Du kriegst Up-Items mit deiner eigenen Waffe. Warte auf! Das ist Items! Items hat mich mit der Malfunction Gun angeschossen. Juli war... Okay, jetzt machst du es auch, Nils. Ja, komm. Ja, sorry. Ja, Moment. Nils. Ja, das geht doch richtig gut ab, oder? Wer ist dir so da? Pain ist immer noch böse. Ach, du hast dich erschossen? Oh Scheiße, ey. Wieso wolltest du mich erschießen? Nein, ich habe Nils jetzt erschossen. Warum hast du Nils erschossen? Weil ich dachte, er hat dich erschossen. Ich habe mich weggeflucht. Warte, das hat mir nicht gefallen. Moment, wie viele Zeichs haben wir? Sekunde. Maru! Wir haben zwei Traitor. Ja? Oh, ist das Maru? Okay. Wir haben drei Traitor übrigens, oder? Ich habe dort einen neuen Tessiz aufgeladen. Ahhhh. Lebt hier Dings noch? Ja? Wie heißt der Maxi? Keine Ahnung. So, sollen wir uns treffen? Weiß nicht. Bist du denn? Wuuu! Komm schon! Wuuu! Oh nein, du warst gar nicht mehr beim Team? Nee. Du warst gar nicht mehr beim Team? Die Runde, ey. Aber hast du noch ne zwei Traitor? Ja. Die Settings habe ich gelesen im Map. Aha! Das ist ja lame zu sagen, dass die Settings hochgeladen sind. Ja. Hättest du auf Tab sehen können, dass sie noch nicht geladen wurde. Weil da steht Map Trails in Three Rounds. Ach. Und da steht dann 99. Ja, ich mach keine Umgangs-Sachen. Verlang aber, dass wir dann wirklich nächste Runde Italy spielen. Das nächste Mal wieder gemacht werden. Jetzt habe ich gelöscht. Italy ist gelöscht. Das Problem ist, äh du die Runde nicht dazu kurz? Ich brauche keiner. Wir müssen mehr Kunran Maro rund machen dann. Damit die Zeit in die Folge nicht zu lange geht. Ey, dann gibt's das nie wieder. Äh, nicht zu kurz ist. Ich muss das Solo spielen wollen, ey. Maro, einfach das Team weg. Oh, Hans! Ja, Mann! Du! Das Problem ist, das wurde direkt am Anfang umgewandelt. Das heißt, ich wusste nicht mehr, dass du mein Kollege bist. Oder war's? Es war aber auch komisch, weil ich konnte einfach sein Kristall zerstören ohne Probleme. Also ich hätte es nicht mehr führen können. Beschuldigt auf einmal den Proven Inno. Du bringst aber einmal die Inno um einfach schon. Das Geile war Kampus, kommt Lachen. Habe ich eigentlich jemanden mit der Fanker nicht getötet? Ja, weil ich halt, weil er Julie wieder mal beleben wollte, wollte ich einfach wegnehmen. Weil die einzige Person, die tot war. Hat die eigentlich jemand mit deinem Runde geschubst? Ja, das ist lustig. Ich wollte einfach so machen. Ja, keiner hat wen runtergeschubst. Du beleben sollen, den du wirklich zu Unrecht gekilltest? Ist das eigentlich gefallen? Ist der Chaos auch auf der Sprecher? Ich habe ja nie nachgeguckt. Ja. Ja, er hat die Steuerung rum in der Konfig. Oh nein! Oh, oh, oh. Oh, der Chaos! Ist jemand drunter gefallen? Oh, Maxi! Du bist ganz schön tot! Na, mach uns der Chaos! Nee, ich bin jemand anderes! Ich bin jemand anderes! Nein, ich bin nicht Chaos! Aha, wer bist du denn? Max! Ich kann machen, dass es dunkel wird! Oh Gott! Oh Gott! Die haben wir auch schon lange nicht mehr, oder? Jetzt auch noch langsam! Wie ich könnte und nicht tue! 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 Ich bin safe! Oh, Nils! Geiler safe! Hey! Alles Mörder! Moment, da liegt der! Warum liegt der? Warum liegt der? Warum liegt der? Wer hat sich schlafen gelegt? Der wurde einen Schuss abgegeben dabei, oder? Oh Gott! Welche Sniper? Weiß ich da nicht! Ja, guckt halt! Achso! Er wurde weggesprengt! Apropos Wald! Cooler Sniper! Irgendwer wurde doch gesnipert, oder? Dalu wurde doch gesnipert, oder? Dalu wurde doch geschlossen! Aber ich hab hier! Die hab ich hier! Wie wird Nils denn jetzt gekillt? Ja, wie? Er liegt da auf einmal! Kann doch gar nicht, dass wir alle vorbeirennen! Der war doch confirmed! Aber er hat doch Dalu confirmed und dann kurz die... What the fuck? Maru! Maru ist es wirklich! Dann krieg ich die Negev! Oh fuck! Schon, 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 schon! Maru ist abgegangen! Hey, Maru warst du jetzt! Ja, Maru warst! Ja, Maru ist er! Das wird der Negev! Crazy Dude, ne? Und wer sitzt noch? Oh fuck! Auf den? Ja, Kapuze war aggressiv, du! Hast du Kapuze auf Maru? Ja! Du liest es auf! Ach fuck, ne! Die labert so ne Scheiße! Dann ist es Pain! Ja! Dauto! Ja! Okay, tschuldige Kamera schießend auf mich zu! Ja! Sag ich ja! Ja! Ja, sie war aber Sidekick! Ja! Ja! Nichts daran, dass sie böse war! Komm mal bitte, Dieter! Ja! Ich habe ihn gemacht! Guck mal bitte weg! Nee, ich meine, wenn ihr jetzt natürlich nicht confirmed bin! Machst du dann! Hier ist ja, hier ist ja Sidekick! Also! Ciao, ciao! Komm mal, Pip! Im Lift! Maru im Lift! der hier gerade gestorben ist dass du gestorben bist ok ok weil mir stand julie ist jester der jester das ist glaube ich auch zweifel letzte runde ne ich hab immer noch den bug das der kristall auf meinem kopf platziert kein bug ist nicht eigentlich kommt er auch nicht da du musst jetzt letzte runde ansagen weil ansonsten schwimmen wie ist er die danach bei kapuze kommt natürlich hinten raus ja ich mache jetzt extra hier gar keinen ich habe schon gemacht also ein jay kann es auch sein ich bin der bullet aha und wo kommt der der ringer her ich habe können das testen sie kannst du mal probieren schlagen ich kann zu schlagen wir haben kaputte schlagen nicht du soll ich den munnhasen zeigen und hat ein messer ein teleportiermesser ein ein messer und items hat mit einem kurs auf einmal tempo hier wenn ich sterbe ist das pain wenn ich sterbe ist das pain ja einfach was war das denn maru nein oder auch mit ich bin jetzt egal jetzt ist es mit ich weiß nicht wie wir hier runter kommen normalerweise hilft die schwerkraft am fenster ich zeig dir nicht mehr und dann zieht auf julie mit dem sidekick sniper mit dem sidekick sniper mit dem sidekick sniper ja ihr wisst schon was sie tun ey dann komm mal her wie ist es da nils will mich wieder töten ok Taut hat an mir vorbeigelaufen ohne dich umzudrehen oh nils an julie runter ja hat er und jetzt ist er noch auf deinen kopf gesprungen jetzt klein ab julie wow hast du das kapuze nein ich hab was ist jetzt passiert ja kapuze was hast du gemacht hallo hallo das weiß ich das ist dunkel warte kapuze ich schenke dir was kapuze lebt noch nie hier bitteschön ich weiß nicht ob ich von pain was annehmen würde und jetzt bleibt mal stehen ja kannst du dich nehmen was ist los mit dir kapuze ist bestimmt ein zombie kapuze ist ein zombie oder nein er wurde abgestochen ey pain war jester da wurde ein abgestochen ich glaube pain und kapuze also wenn man pain oder kapuze sieht ich glaube kapuze hat pain abgestochen so kenn ich ihn das geht gar nicht moment das geht nicht jester ich wollte grad sagen das waren doch völlig normale geräusche für kapuze stimmt das waren normal geräusche kapuze endlich mal erzählen oder gibt es auch jester und dico gleichzeitig das wäre natürlich auch krass ey stimmt weil die einst die einstellungen sind ja nicht richtig vielleicht ist das ja möglich ne da du float hast ist der zombie schon down keine ahnung anscheinend nicht frage wo ist der überhaupt klingt eher wie ne katze klingt eher wie ne katze wir sind zu viele leute hier haben sie anbekommen hier haben sie anbekommen hier haben sie anbekommen hier haben sie anbekommen klagen dann julie maxi maxi fragezeichen maru und ich sind auf einer guten seite ja wir sind auf einem guten weg ich bin inno also bist du auf der guten seite oder was könnte man mit dem manchen relation ach ja ich wollte ich habe auch gedacht wenn ich einen trader sehr erschienen bin also da bin ich jetzt auch ganz inno aber ich glaube die ist gut grad fertig gemacht maru ist tot der ist am feld gestorben maru ist am feld gestorben also das ist auf jeden Fall das Symbol da warte mal wo willst du denn hier sein oh julie grüße nein jetzt wirst du dich so schnell schieben aber du kannst ja immer noch sidekick sein du auch ah ich weiß Conor hast du das? was? ne hä? Maru hatte doch auch keine crossbow oder? ach ne lustig äh Conrad 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 ist ja quatsch und nils steht daneben ah julie stand daneben es war aber sonst kann ich hatte den deadwinger der lag voll aus und der lag da es gab nur zwei trader ja deswegen jetzt da auf die gute Seite kommen und morgen ich hab grad ein video geschaffen du musst die water repellent schuss alles klar alles klar ja wenn ich tot bin belebt mich eh keiner mein kapuze ich wollte dich zum sidekick machen ey das wusste ich nicht ich dachte ich bin abgestochen ey aber kapuze du musst wenn du feld benutzt auch richtig machen du musst feuer einstellen und brennen der hölle schreien ja was für ein trick explosion ist besser äh der trick äh das ist eine trettexplosion das ist eine trettexplosion reinmachen das war eine sniper zum schrotflinten dunkel so als als hast du nicht weg ist ja und danach hast du mich abgestochen hat mich nicht beleidigt gemacht nein ich hab tretter gekillt dann wollte ich äh kapuze in deadringer geben als geschenk und ein sidekick machen und dann hat er mich einfach abgestochen gerade weißt du das Quoten ist Banane dann dann wSt oh nein ich hab tf als gekl觉得 viele Albtröden der kein Ale thế bis Comics Daher denn die was Conno Normalerweise wird zu gemeint nein Genau LB temperatviert ich habe ein Ich habe einen Verdacht auf Tautor. Ich habe einen Verdacht auf Tautor. Aha! Ich bin da. Ich sage dir eins, der Tautor ist es. Hast du vielleicht geschickt... Hast du deine Erinnerungen anzuprobiert? Ihr einziger... Was willst du hier? Ich bin weg von euch. Was willst du da? Boah, ich habe schon wieder den Kristall gesetzt. Okay, hast du was zum Kaufen? Ich gebe mal was. Was hast du denn? Alles gaut, Alter, nice. Boah. Ich lege ein Ei ab. Da ist er wieder, Darlow. Jetzt töten wir ihn endlich. Du, die hat alles im Blick. Ich habe mal ein Ei gelegt. Wie geht ihr denn ein Ei gelegt? Ihr wisst gleich so gut wie ein Tonkapuz. Ei funktioniert nicht. Warum bist du Hunter? Ja. Was ist hier denn passiert? Ich hänge hier gerade fest. Disco! Kein Disco? Noll, das ging auf mich. Disco! Disco Darlow, komm! Disco Darlow? Disco Darlow. Disco Darlow. Disco Darlow. Trin Disco. Oh Maxi. Die Glühling. Was sagst du, Alter? Wir schlecht dich da. Tautau lebt ziemlich lang. Tautau ist nur Spaß. Aber sonst knallt die Kapuze immer ab, ja? Ja, aber das ist ein Heile. Er hat genug gebüßt, ja. Galo Kapuze rennt viel zu lang, wird man weg. Ich weiß, dass er nicht schießt, der Trader wäre. Achso. Ich hol dir nicht weiter. Ich hörte dich gar nicht, ey. Aua! Hättest du mir ausgebreitet. Erstmal abkühlen. Frost! Ich stand am Feuer, ich muss mich abkühlen. Hier ist doch gerade jemand umgefallen. Ha! Sicher? Hier ist noch Nils. Ich hab nur eine Waffe gedroppt. Ich hab nur eine Waffe fallen gehört. Einzelner Sniper schon. Doch, hab ich gehört. Psychic Sniper. Ey, Maru, das war ein einzelner Sniper. Ja, Psychic Sniper. Maru wollte, glaub ich, ein Headshot machen. Maru bist du ernst. Ist der Pain. Langsam sollten wir anfangen abzustimmen. Der Pain. Der Pain. Okay, los. Das reicht schon. Ja. Danke, Kapuze. Hallo. Dibula, ich kann mich heilen. Jawohl. Ich bin rein in den Nebel. Pain labert Mist. Ich bin's erschossen. Ja, er ist Pain. Ja, weiß. Sorry. Hat das verwundet? Ist das Pain? Ja, die ganze Zeit. Alter, ist der Impfung. Habe ich die ganze Zeit angst. Alter, hat sich geweepert? Alter, das hat sich geheilt. Ach so. Ey, man tanzt im Rauch, wenn man heilt? Nein, nicht im Rauch. Ist doch bestimmt Kunran und ich. Ja. Das gibt's hier, äh, Zombie. Okay. Das ist unglaublich. Ich glaube, das stimmt. Das stimmt nicht, Toni. Das stimmt nicht. Das war Zombie. Das ist zumindest der Kunran-Part. Okay, danke. Das war sehr nett. Zombie war das. Jetzt können wir wieder gehen. Ja, ich hab das Egg-Zombie gemacht. Der ist denn bitte schlimmer als... Tautau! 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 Tautau scheint Inno zu sein. Oh, das war ein kurzer. Das ist echt schwer beim Tautau, weil er regt sich immer auf. Was ist denn? Tautau hat sich selbst initiiert. Ich meine, Tautau found the body of Tautau? Den haben wir händen gerichtet. Jetzt hab ich mal. Weg da, ihr. HM1A. Aber Tautau... Ich bin jetzt an der Heiligen Kiel. Du bist doch voll. Aber Tautau hat sich das selbst konfirmt. Das stimmt doch da irgendwie nicht. Aber hat Tautau sich das selbst konfirmt? Was ist da passiert? Wie, Tautau hat sich selbst konfirmt? Bei mir steht Tautau von 15 auf Tautau. Ich hab grad eben nur gesehen, wie Juli, Tautau und Kapuze da oben standen. Juli, glaub ich, hat beide erschossen. Ich hab Kapuze erschossen. Der Tautau redet auch noch, ja? Der Tautau redet auch noch. Ich bin froh. Ich bin froh. Tautau! Wie, Tautau lebt? Tautau confirmed the death of Tautau steht bei mir. Wie, Tautau lebt noch? Wer war das denn da oben, der von ihm erschossen wurde? Fähigleiche. Guck, hörst du dich hier. Alter! Das ist Pain. Das ist Pain. Das ist Pain. Ja. Du hast grad Tautau da runter geschubst. So, ich hoffe ihr habt ihn gekehlt, weil jetzt rede ich erst. Maxi? Ja? Hilf mir doch, Maru. Du bist es auch? Alter, bist du nicht böse? Nein, der da aber! Ach ja. Oh oh. Ich stürze ab. Was? Bin abgestürzt. Oha! 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 Ich wollte nur Fische jagen gehen mit meiner Harpune. Oh, das ist eigentlich gut. Das ist eigentlich nett von ihm, ne? Ich wollte grad sagen, ich wollte dir Fische jagen gehen. Aber er jagt ja die Fische für sich? Nein, für... Ich weiß keine... Ich esse keine Tiere. Fische sind Tiere? Ich weiß nicht, warum Maru auf mich geschossen hat. Wahrscheinlich ist die Traitor-Geschichte so ein Abtörner für ihn in der Freundschaft. Hey, ähm... Was? Oh, das war... Das war ein Böser. Das ist okay. Ich hab gar nichts gemacht. Achso. Alter. Yeah! Super Alter! Nicht getroffen, Alter! 360! Wir haben Kapuze dafür hier alle hingerichtet. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann seid ihr vorbei. Bis dann macht's Gutschein! Aus! No! Tschüss! gallant 관� пл packaging mit Reg记jung in Personanti.